So, meine lieben Freunde, heute gibt es wieder ein Tutorial zum Thema Festplatten. Allerdings möchte ich vorher sagen, wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare. Ich freue mich. So, ihr öffnet jetzt einfach mal euren normalen Windows Explorer. Ich zeige das Ganze heute übrigens über Windows 10. Das Ganze funktioniert genauso unter Windows Vista, Windows 7, 8 und 8.1. Also, ihr öffnet den Explorer. Genau, das dürft ihr bei jedem gleich aussehen. Und dann auf Computer. Hier seht ihr meine lokale Festplatte. Die ist genau fast, also Terabyte ungefähr groß. Und dann habe ich hier noch eine zweite, habe ich hier gefunden, lag hier irgendwo rum. Habe ich mal schnell reingebaut mit 160 GB. Ich möchte euch heute zeigen, was man mit den ganzen Sachen hier machen kann, mit den Festplatten. Wie man hier die auch teilen kann, das ist ganz praktisch, sage ich dann auch nochmal wofür. Und was man noch so machen kann. Genau, um das alles aber überhaupt einsehen zu können, geht ihr hier in eure Suchleiste, gebt ihr ein Computerverwaltung. Da steht es schon, Computerverwaltung. Das wird jetzt einmal von uns geöffnet. Genau, dann bei Computerverwaltung möchte ich jetzt auf Datenträgerverwaltung. Entweder geht ihr hier auf Datenspeicher und dann hier auf Datenträgerverwaltung. Das dauert jetzt hier ein bisschen. Kein Problem, kann mal ein bisschen dauern. Genau, hier ist es schon. Und ich will mal gucken, ob man das überhaupt so suchen kann, Datenträgerverwaltung. Sieht nicht so aus. Naja, schade. Ist aber auch nicht so wichtig. Ihr wisst ja jetzt, wie es drauf geht. Nämlich Computerverwaltung, Datenspeicher, Datenträgerverwaltung. Genau, und was sehen wir hier? Hier sehen wir erstmal meine CD-Laufwerke. Die interessieren uns jetzt nicht. CD habe ich jetzt mal rausgemacht, damit das hier schön aussieht. So, und jetzt hier noch was. Nämlich seht ihr hier unsere Datenträger. Das ist einmal Volumen C. Das ist die Festplatte, die ich gefunden habe. Die mit 150 GB. Dann noch C, wo auch Windows drauf ist und alles. Und dann noch System reserviert. Das ist hier vorne noch was anderes, wo noch andere Sachen verlinkt sind. Genauso wie hier. Das gehört auch noch zu meiner primären Festplatte mit fast einem Gigabyte. Einer halben Gigabyte. Genau, hier seht ihr auch das Basis. Basistyp und Layout einfach. Interessiert uns jetzt nicht. Datenspeichersystem auch nicht. Das hier vielleicht schon mehr. Nämlich, dass es alles funktioniert. Hier Kapazität. Seht ihr, wie viel man maximal drauf speichern kann. Ähm, das ist auch eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und hier, das ist vielleicht noch interessanter. Freier Speicher, wie viel Platz wir jeweils noch haben. Und das Ganze nochmal prozentual angegeben, wie viel noch frei ist. Genau. Ist an sich ganz, ähm, ganz einfach. So, ähm, was ich jetzt im Internet gesucht habe, was ich nämlich wollte, dass man, ähm, eine Festplatte mit einer anderen verbindet, damit sich das alles, äh, ineinander überschreibt, ähm, das geht leider nicht. Man kann nicht zwei Festplatten nebeneinander verbinden, das heißt, es wird für euch immer so hier aussehen, dass ihr die mehreren Festplatten auch so drinnen haben werdet. So, aber eine andere Sache könnt ihr machen, nämlich, ihr könnt das Ganze teilen. Welchen Sinn hat das Ganze? Ich zeige es euch kurz. Ähm, ihr könnt einfach, ähm, die restlichen 170 GB, die ich hier überhaupt noch frei habe, ähm, die kann ich jetzt einfach einzeln splitten, dass ich ein weiteres Laufwerk habe. Und, ähm, das empfehle ich, wenn ihr eine neue Festplatte habt, splittet das am Anfang in mehrere Teile. Das könnt ihr dann dafür handhaben, dass ihr in der einen Musik macht, in den anderen Filme, in den anderen Spielen, was weiß ich, dass ihr das für euch so sortiert. Das ist zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, die man hat. Ja, ganz interessant soweit. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Nämlich, ihr geht hier auf Computerverwaltung und geht jetzt hier auf Format Volumen verkleinern. Das dauert jetzt eine Sekunde, da wird nämlich dieses, dieses Programm jetzt ausgeführt. Verkleinernung des Speicherplatzes wird abgerufen. Das lädt ein bisschen. Ich warte kurz, ähm, genau, hier. Das ist der Gesamtspeicher, wie groß diese Festplatte ist. Dann hier noch Verkleinerung verfügbarer Speicherplatz. Seht ihr hier noch, so viel kann ich verkleinern, weil der Rest ist belegt. Dann kann ich auch noch angeben, wie viel ich verkleinern möchte oder wie viel nicht. Und Gesamtgröße nach der Verkleinerung wird so groß sein. Ich drücke jetzt auf Verkleinern. Das lädt jetzt wieder einige Sekunden. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, das so zu machen, wie ich es mache. Lasst immer noch mindestens ein Gigabyte, zwei, drei Gigabyte noch Platz. Es gibt nämlich immer Windows-Updates und das dreht dann alles durch, wenn dann auf einmal kein Speicherplatz mehr da ist. Genau, das lädt jetzt sogar schon etwas lange. Kein Ding, wir warten einfach noch mal ganz kurz. Wie gesagt, das ist dafür gut, um die Dateien einzeln zu splitten. Ihr wisst ja auch vielleicht, wie eine HDD-Festplatte aussieht. Nämlich, da sind so ganz viele einzelne VCDs untereinander, die beschrieben werden. Wenn man das Ganze jetzt teilt, ist es auch für die Festplatte leichter, das Ganze zu suchen. Was ich allerdings dann häufiger empfiehlt, ist das Defragmentieren. Das ist an sich auch ganz einfach. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ihr geht nämlich hier drauf, rechtsklick Eigenschaften, dann auf Tools und dann auf Optimieren. Und dann kann das hier fragmentiert werden. Ist an sich ganz einfach. So funktioniert das Fragmentieren. Dadurch sortiert das praktisch die Dateien ineinander in dem Datenträger. Das hat zur Folge, dass auf alles schneller zugegriffen werden kann. Jetzt noch eine Sache. Bei HDD-Festplatten lohnt sich das allgemein nicht, das zu teilen. Wie bei einer HDD-Festplatte. Dazu würde ich sogar abraten, da das nicht gut für die SSD-Festplatte ist und sich das auch nicht empfiehlt. Du hast dadurch keinen Gewinn, sogar einen Datengeschwindigkeitsverlust. Und das ist an sich ziemlich doof. Ich frage mich jetzt mittlerweile, warum das jetzt so lange dauert. Und ich mache jetzt hier ein kurzes Cut, bis das fertig ist. Ja genau, jetzt ist das Ganze hier fertig. Ich habe zwischendurch die Serie geschaut. Es dauert also sehr lange, müsst ihr euch nicht wundern. So, jetzt ist das hier so. Und wenn ich jetzt wieder einen Explorer öffne, ist hier der Speicher weg. Aber nicht als Neue da. Was ist passiert? Das ist passiert. Ihr geht hier einfach drauf, als neues Volumen erweitern. Dann einfach immer weiter, 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 fertig stellen. Müsst ihr nicht beachten. So, grün eingebunden, formatiert, fertig. So, das Ganze hat sich jetzt geöffnet. Und tadaa, hat sich jetzt hier 25 GB neuer Speicher. Es ist hier 25 GB neuer Speicher. Den könnt ihr jetzt nutzen, um zum Beispiel Musik draufzuladen. Würde ich jetzt machen. Ich möchte das allerdings nicht. Also mache ich hier wieder, wenn ihr das wieder zurück haben wollt, macht ihr löschen. Keine Angst. Der ist jetzt gelöscht. Grün markiert. Ist jetzt hier auch nicht mehr dabei. Und jetzt macht er hier, rechtsklick. Also hier macht er Datenoptionen löschen. Jetzt ist er nicht zugeordnet. Und hier erweitern, weiter, weiter, fertig stellen. So, und jetzt ist das Ganze wieder 1. Und der Speicher ist wieder da, wenn ich hier auf Aktualisieren gegrüßt habe. Genau. 135 GB. Falls also das hier bei euch weg sein sollte. Das hier. Und ihr habt eine CD. Ach ja. Ihr habt eine CD, sag ich schon. Ihr habt also, ähm, ihr habt jetzt eine neue Festplatte, ihr habt eine neue Festplatte reingesteckt. Die ist also allerdings hier nicht angezeigt. Obwohl sie da ist, geht ihr auch einfach hier rein und klickt dann hier auf ein neues, einfaches Volumen. Und dann weiter, 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 fertig stellen. Tü-düm, tü-düm. Und das ist auch fertig. So einfach ist es. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr wisst jetzt so ein bisschen darüber Bescheid. Haut rein, meine lieben Freunde. Lasst es euch gut gehen. Bis denn. Ich freue mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Genau. Schreibt in die Kommentare, falls bei euch was nicht funktioniert. Oder ihr irgendwelche Fragen habt. Ich antworte immer gerne. Haut rein. Bis denn. Ciao. Ciao.